Das Lichtgeschehen der Löwe 21. Juli 2023 Das grosse Lichtgeschehen aus dem Urgeistigen ist vollbracht. Es hat sich der Löwe gesenkt in den Körper des Geschaffenen auf der Erde. Die Tugenden des Urgeschaffenen Löwen, die Art, die er als Urgeschaffenen verkörpert, das Heldentum, verbindet sich nun ganz mit dem grobstofflichen Körper des Gesandten. Er löst nun aus, was Gottes Wille vorbereitend in die Schöpfung setzte. Er nimmt es ganz auf und vollbringt, was der Wille aus Gott ihm aufträgt. Dieses neuerliche Wunder werden die Menschen bald sehen, denn es ist überirdisch hell und klar. Es wird an Orten sein, wo es nicht vermutet wird, als Hilfe und Segen für die aufwachenden Menschen. Dieses Geschehen für die Schöpfungen wurde von langer Hand vorbereitet und fand im grobstofflichen Körper des Geschaffenen die Verankerung aus dem Urgeistigen. Noch weiteres geschah am 21. Juli 2023 zur Hohenfeier in Hörst aus der Johannes-Offenbarung. Als die Ältesten also beteten, siehe, da tat oben im All der Allerheiligste Tempel seine Tore weit auf. Leuchten und Strahlen fielen hinunter bis auf die Stelle, wo der Ewige seinen neuen Bund mit den Menschen gemacht hatte, dass sie sicher waren, wie in der Ache zu Noahs Zeiten. Und die Strahlen schufen die Verbindung nach oben und Engel stiegen hinauf und schwebten herab. Auf die Nachschöpfung aber vielen Hagelschläge Blitze zuckten und Donner dröhnten. Die Erde bebte, als werde sie geschüttelt von ewigen Gewalten. Und die Gedanken des Willen Gottes brausten als laute Stimmen über die Erde hin. Die kleine Schar wurde Zeuge des Hohen Geschehens, das den neuen Bund von den Menschen zu Gott machte. Die Zeugen in der Feier harten aus im Regen und sie waren wie verklärt in dieser Stunde, so als empfindet jeder dieses einzigartige hohe Geschehen. Kein Jammern oder Klagen kam über die Lippe und dann kam Sonnenschein und trocknete die Tränen und die Kleider. Noch nie war eine solche Harmonie in der Schar. Der Regen brachte Segen für die Menschen, die in dieser Stunde geöffnet waren, der hohen geistigen Handlung. Seit dem 21. Juli 2023, seit dem neuen Bund mit Gott, sind es sieben heilige Tage des Herrn. Sie dienen dem reinen geistigen Erwachen. Ab dem 28. Juli sind es wieder sieben Tage bis am 3. August, die dem reinen Seelischen angehören. Hier sollte der Mensch alles Seelische bereinigen und zum Guten führen. Ab dem 4. August kommen die sieben Tage des Grobstofflichen und enden am 10. August 2023. Achtet dabei auf euren Körper und auf die Umwelt. Seid besonders wachsam im Alltag. Erkennt sofort die Annäherung der List des Dunkels. Weist sie in die Schranken. Wenn es nicht anders geht, nehmt das feinstoffliche Schwert heraus und schlagt das Dunkel in die Flucht. Ihr seid geschützt durch den Bund Gottes, durch seine Liebe, die ihr erfahren durftet an der Feier. Selig sind, die zu dem neuen Bunde mit Gott berufen sind. Frieden und Glück für euch. Amen. Amen. ías, es